Freunde, ein neuer Trainingstag beginnt. Gestern ist mein Coach, der Michael, aus dem Urlaub zurückgekommen. Den haben sie ja in Bayern ganz schön gemästet. Jetzt bringt er schon 70 Kilo auf die Waage. Wie soll das mal weitergehen? So, heute wird die Schulter demoliert, kaputt gemacht und zerstört. Wir werden heute richtig trainieren und geben euch ein kleines Video danach. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ihr braucht viel Schlaf, ihr braucht gutes Essen, schönes Wetter und gutes Training. Und dann wäre das auf jeden Fall was.